Du möchtest deinen Wünschen entsprechend tanzen lernen? Dann habe ich hier für dich den großen, starken Vorschlag. Lass uns in Kontakt kommen. Ich möchte dein Privat-Tanzlehrer werden. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Ich möchte dein Privat-Tanzlehrer werden. Das heißt, ich möchte dafür sorgen, dass du deinen Wünschen entsprechend deine Tänze lernst. Also, wenn das für dich interessant ist, über einen Privat-Tanzlehrer in deinem Eigenheim, bei dir den eigenen vier Wänden bei dir zu Hause, tanzen zu lernen, über mich, dem ARTV, IHK, World Dance Council, Gütesiegel, ausgebildeten Privat-Tanzlehrer, wenn das für dich interessant ist, dann der Vorschlag, lass uns in Kontakt kommen. Entweder über die Möglichkeiten, in der Beschreibung beschrieben, über die Kontaktformulare oder über das direkte Telefonat. Das bevorzuge ich auch. Also, lass uns für deinen Tanzerfolg in Kontakt kommen, über die Nummer 0176 840 44 661.